...spiel um Platz 7. Dieses beschreiben FSV Reins 05 und Rot-Weiß Oberhausen. FSV Reins 05 spielt von links nach rechts und Rot-Weiß Oberhausen hat Anstoß. Ich bitte Rot-Weiß Oberhausen, entsprechende Leibchen überzuziehen. Das ist der kleine Zeige, das wir nicht verdrehen. Bei euch? Kannst du dich überlegen? Ja, der Zeige ist nicht hier. Das ist nicht so. Nein, der ist aber. Der Vater hat sich seit dem Selfie-Stick gehabt. Das ist so ähnlich wie er. Das Türken ist so ähnlich. Ja, klar. Für wen Platz haben die gespielt? 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 Für die erst bis zwölftplatzierten Stadts? Für wen Platz haben sie auch den Vielen Dank. 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 ... 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